Seit kurzem gibt es eine Alternative zu Makuma. Zwei neue Gerinnungshemmer wurden in der EU zugelassen. Für welche Patienten sind sie geeignet? Manchmal, wenn das Herz aus dem Tritt gerät, anfängt zu stolpern, wird etwas zur tödlichen Gefahr, das uns eigentlich am Leben erhält. Das Blut. Denn wenn der Blutfluss im Herzen stockt, klumpt sich das Blut zusammen. Es gerinnt. Und wenn diese Blutgerinnsel ins Gehirn wandern und wichtige Gefäße verstopfen, können sie einen Schlaganfall auslösen. Deshalb sind Herzpatienten wie Erna Tussitzschläger auf spezielle Medikamente angewiesen, die diese tödliche Gefahr in Schach halten, sogenannte Blutverdünner. In Deutschland kennt man vor allem Makuma. Die Medikamente hemmen die Blutgerinnung und können so die Gefahr für Schlaganfälle um bis zu 80% vermindern. Doch bei Erna Tussitzschläger gab es ein Problem. Makuma half ihr nicht. Es war einfach ganz, ganz schwer einzustellen. Ich musste jede Woche zweimal hin und hat trotzdem nicht gepasst. Ich nehme nicht ein Medikament, wenn es nicht unbedingt sein muss, bis ans Lebensende, wo ich nicht einmal genau weiß, ob es was hilft oder nicht. Weil wenn es nicht richtig eingestellt sind, kann es auch nichts helfen. Doch jetzt gibt es, fast 60 Jahre nach der Einführung von Makuma, eine Alternative. Pradaxa, seit September 2011 für Herzrhythmusstörungen zugelassen. Für Erna Tussitzschläger und viele Millionen anderer Herzpatienten soll es ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Was ist dran an dem neuen Wirkstoff? Ist er wirklich so viel einfacher und damit besser wirksam? Dr. Jürgen Ringwald ist Experte für Blut und Blutgerinnung an der Universitätsklinik Erlangen. Seit der Zulassung von Pradaxa und einem ähnlichen Medikament, Xarelto, laufen bei ihm die Telefone heiß. Also Wundermittel sind es nicht. Die gibt es in der Medizin prinzipiell eigentlich nicht. Das wäre schön. Aber eine Revolution in der Antikokokulation der Gerinnungshemmung sind sie schon. Dafür spricht einiges. Diese Medikamente sind wirklich ganz kleine Medikamente, die gezielt in den Gerinnungsablauf eintreten können. Was zum Beispiel die sogenannten Vitamin K, Hämmer, das sind Makuma und ähnliche Medikamente, so nicht können. Herkömmliche Blutverdünner wie Makuma blockieren Vitamin K, das in bestimmten Nahrungsmitteln enthalten ist. Es ist der Grundstoff, die Basis der Blutgerinnung. In der Leber werden aus Vitamin K bestimmte Enzyme, die sogenannten Gerinnungsfaktoren, gebildet. Werden diese Gerinnungsfaktoren im Blut aktiviert, durch Verletzungen oder auch durch Stillstand des Blutflusses, dann lösen sie einen Prozess aus, bei dem sich Fibrinfäden bilden, die zusammen mit den Blutplättchen zu einem Pfropf verklumpen. Das Blut gerinnt. Makuma behindert in der Leber die Umwandlung von Vitamin K in Gerinnungsfaktoren. Und damit ist die Dosis von der Ernährung abhängig. Das heißt, man ernährt sich ja vielleicht einen Tag mit mehr Vitamin K haltigen Substanzen, beispielsweise Spinat oder Grünkohl ist relativ viel drin. Oder eben mit Substanzen, die Ernährungsmittel, die weniger Vitamin K halten. Und deshalb gibt es da auch schon entsprechende Schwankungen, die man dann immer wieder durch Dosisanpassung, Laborkontrolle angleichen muss. Und wenn die Blutverdünner falsch eingestellt sind, drohen gefährliche Komplikationen. Sind sie zu hoch dosiert, besteht das Risiko für lebensgefährliche innere Blutungen. Sind sie zu niedrig, drohen Schlaganfall und Herzinfarkt. Bisher mussten Kardiologen, wie Dr. Horst Beyer, deshalb sorgfältig abwägen, ob die Patienten von der Behandlung mit Blutverdünnern überhaupt profitieren würden. Es gibt zahlreiche Patienten, die Sturzneigung haben und damit durch unerwünschte Blutungen gefährdet sind. Oder es gibt Patienten, die immobil sind, nicht ausreichend Arztkontakt haben können zur Gerinnungsmessung. Sodass wir doch viele Patienten ausschließen mussten von der Behandlung mit diesen bisherigen Blutverdünnern. Die neuen Medikamente dagegen blockieren gezielt bestimmte Gerinnungsfaktoren im Blut. Damit ist die Dosis unabhängig von der Aufnahme von Vitamin K. Sie bleibt immer gleich. So sind die Wirkstoffe viel einfacher zu handhaben und damit sicherer in der Wirkung. Doch im Herbst letzten Jahres wurde die Euphorie über die neuen Wirkstoffe durch Pressemeldungen getrübt. Vor sechs Jahren musste bereits ein ähnliches Medikament wegen der Nebenwirkungen vom Markt genommen werden. Diese Todesfälle betreffen in erster Linie ein Medikament, das Paradoxa, und sind wahrscheinlich im Zusammenhang mit Nierenfunktionsstörungen, also eingeschränkter Nierenfunktion bei den Patienten, zustande gekommen. Das heißt, man muss bei diesem Medikament aufpassen auf die Nierenfunktion. Der Arzt sollte hier ein Auge drauf haben, um zu schauen, ob die Niere auch gut funktioniert. Dieser Zusammenhang mit der Nierenfunktion ist bei dem anderen Medikament, bei dem Xarelto, sogar deutlich geringer. Das heißt, hier ist diese Gefahr sicherlich weniger zu beachten. Anna Tussitschläger scheint Pradaxa zu vertragen und plant, endlich wieder zu verreisen. Mit dem neuen Medikament fühlt sie sich sicher, auch im Ausland. Man ist einfach freier, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich fahr jetzt fünf Tage nach Rom, dann kann ich das machen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie ist es dort unten. Mehr Lebensqualität, aber auch 25-fach höhere Kosten. Viele Hausärzte zögern deshalb noch, die neuen Medikamente zu verschreiben. Ich denke, es ist im Gespräch mit dem Hausarzt, mit dem Patienten, auch mit dem Spezialisten, vielleicht dem Kardiologen oder Gerinnungsmenschen, dann zu besprechen, ob der Patient, der jeweilige Patient dieses Medikament bekommt, trotz des primär höheren Preises. Wer bekommt die neuen Medikamente? Theoretisch kommen Millionen von Patienten in Frage. Das könnte die Krankenkassen angesichts der zigfach höheren Kosten überfordern. Wie teuer das Ganze tatsächlich kommt, wird derzeit in Studien geklärt. Die Krankenkassen. Die Krankenkassen. Die Krankenkassen. Die Krankenkassen. Die Krankenkassen.